Hallihallo Herzlich Willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge zu Landwirtschafts-Somulator 2015 äh Quatsch 2017 2017 schon sogar ähm Untertitelung im Auftrag des ZDF Oh, mal gucken Oh, mal gucken Ja Erstmal auskippen Oh, mal gucken So, mal gucken Oh, mal gucken Alles klar Da haben wir das Oh, ein und X-Zu-Klappen Das ist so fein. So, dann haben wir das erstmal und kann der ja gleich hier mit anfangen, können wir dann hier mit gleich anfangen. Düngerstreuer auf jeden Fall und den zum Frontlader noch umbauen, dass ich das halte. So, mal die Träder drauf achten. So, mal gucken. Gut, dann wollte ich dann sagen, brauchen wir P wie ein Frontlader. Was ist denn das für einer? 155XXL. 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 Wario. Aber wir müssen sowieso erstmal hinterfahren, um das jetzt mal so... Und dann, um den Ertrag zu steigern, müsste man dreimal düngen, glaube ich das mitgekriegt habe. 13.000 warten auf mich. Bisschen Rundfortschritt. Äh, nochmal so düngen, ja komm. Bisschen Rundfortschritt 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So... Mal echt mal gucken, wie wir das machen... Mal drehen... So... Mal gucken... Müsste ich jetzt gleich fertig werden... Schneller als die 4 Minuten... Ha... Bitteschön... So... 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 Wir fahren mehr. So. 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 der fahrzeug konfigurieren unter den bau ja breitreifen mit breitreifen breitbereifung und lager konfigurieren ja okay so da kann man jetzt ein kontakt anbau machen auswählen kaufen ja hinter stehe bereit palettengabel und am besten noch eine feldspritze nenne ich eine feldspritze so ein dünner streuer am besten gleichen größeren oder für den für 6.000 oder brauchte halt auch oder zwölf meter erst mal ja kommen kaufen ja 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 so spiel speichern vorsicht halber noch mal zurück dann kaufen wir uns noch mal gleich eine palette ein paletten mal anders ja 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 und Kann man das festmachen? Nein. Oh, schade. Okay, alles klar. Aha. Da fahren wir jetzt noch schnell an den Hof und dann geht es schon los. Ich weiß ja nicht, was die anderen Helfer machen. Ich kann mal durchschalten. Da ist schon fast fertig. Da braucht noch eine Weile. Aber das ist gut. Das ist gut. Und das bei jedem Wachstumstufe einmal drüber Dünger. Das ist noch mehr Arbeit. Aber eine Arbeit, die man sich gerne macht. So. Dann gleich nach links. Da kommt kein Zug. Nee. Und da ist schon mal drüber. Okay. So 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 Das hier legen wir dann hier ab Kann man das doch irgendwie abkuppeln? Nee gell Schade 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 Okay Heber H Hat Arbeit erledigt Ich hab dann auch meine Arbeit erledigt Und ich bedanke den Fürs Aste Ähm Fürs Zuschauen Und sage Tschüss Ciao Und auf Wiedersehen Bye Bye